Ey, das ist Tour-Blog Nummer 2. Wir sind, äh, in Münster. Gleich. Münster AG. Mann, kalt, Alter. Okay, das schleiden wir raus. Ja, ich leg nicht gut auf, aber ich trink gut. What the fuck? Okay, wir hätten schon wieder alle draufgehen können. Ey, Tour-Blog Nummer 2. Action. Last second. Ist echt wahr, ich häng nur mit so Stars rum. Ich bin ne Riesen-Party. Ich war schon mal in der Bravo und hab den To-Vier-Magazin. Ich möchte an dieser Stelle mich mal positiv über McDonalds äußern. Sondern hier, wenn man hier reinkommt, muss man an den Bildschirm gehen und bestellen. Und ich hab gesehen, wie Anton am Bildschirm bestellt hat. Ich hab redet, pff, dicker, ich bin 45 Jahre alt. Ich weiß nicht mal, wie so ein Touchspiel funktioniert. Also hab ich gedacht, ich geh mal an den Tresen bestellen. Muss ich jetzt sagen, wir reden nicht mehr miteinander. Ja, genau. Wenn ich was brauche. Mein Bruder Akte. Ey, geil, dass du rangehst. Bruder, ich versteh dich natürlich. Warte mal kurz mal, sag mal was. Hast du dir ein Wünschte? Ja! Akte schreibt dein Buch. Akte schreibt dein Buch. Akte schreibt dein Buch. Akte schreibt dein... Wünschte, seid ihr auch noch von der Kalle. Ja! Ja! Ach, der Kabinette dreht sich weiter. Ein neuer Stich auf der Leinwand. Was– Das gibt im Leben auch... Das gibt im Leben auch... Neue Plastik dreht sich weiter... Der neuer Schecher... ...Wenn ich nicht wieder... Toao...